Hallo Freunde, Herzlich Willkommen beim Popcorn-Mastuell. Ich werde euch heute zeigen, wie meine Popcorn-Rest ein Blüheschen und die komische. Es hat gestern geregnet, richtig schönes Wetter. 1,60 Meter ist der Popcorn-Rest. Ich werde euch zeigen. 1,60 Meter hat er. Hier habe ich so ein Kanister vom Teichwasser. Wir haben gestern den Tag gemacht von den Füchern und da ist was drin. Ich weiß nicht wie viele Liter da reinpasst, keine Ahnung. Es hätte ja gestern geregnet, aber die ... ist egal. Und äh, es ist gut für meine Popcorn. Die brauchen das. Ich bin aufgerufen worden vom Popcorn-Mastuell-Kerzen. Wie sieht es bei dir aus mit deinem Malz? Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Eure Vichy. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017